Wir befinden uns hier auf dem DGW Skywalk Marzahner Promenade in Marzahn und wir haben hier einen wunderbaren Ausblick auf ganz Berlin. Wir haben das hier gemacht natürlich für die Marzahner und die Hellersdorfer, aber auch für alle anderen Berlinerinnen und Berliner. Für alle Besucher, die hier hinkommen, ist das hier, glaube ich, ein ganz toller Ausblick und eine neue Perspektive auf Berlin, die man sonst nirgendwo hat in der Stadt. Manchmal ist die Situation, dass Leute gehen nach oben, denken für sie ist alles schick und alles in Ordnung und sie merken dann oben, wenn es wieder auf dem Weg nach unten geht, ist es doch ganz schön unangenehm und sie merken direkt über die Gebäudekante wollen wir nicht mehr gehen und in solchen Notsituationen gibt es nochmal einen Notausstieg. Musik 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 Musik